Sicher. Okay. Dann gehen wir halt hier hoch. Ha! Draxus! Ah, du kriegst dann eine Benachrichtigung, wenn das Spiel unter 20 Euro drin ist? Okay, das ist nice. Das klingt sehr cool. Oh, Gott. Nein! Warum springst du so weit? Wippee, Rino! Wippee! Ich hab das oben gelesen. Tulki. Also ich hab das jetzt alles mitbekommen, was ihr geschrieben habt. Das ist ein Programm, was ich haben und machen werde. Das klingt auch sehr geil. Einfach dann die Nachricht kriegen, wenn das Spiel dann reduziert, das ist schon nice. Weil man hat ja nicht immer ein Auge auf die ganzen Kreise. Oh Gott, jetzt hab ich nichts gesehen. Das ist ja furchtbar hier. Dong! Stefan, danke für die Vergiftung an kein Sub. Kein Sub ist jetzt Sub, sehr schön. Das ist wunderbar. Vielen Dank. Oh, das ist ja richtig ätzend. Oh Gott. Ähm. Hilfe? Das ist ja ganz toll hier. Soll ich hier durch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee, das sieht nicht so aus. Ach du Kacke. It's a trap. Ach, geh doch einfach kacken ey. Aber richtig. Pfff. Ich springe mal, aber so hoch will ich auch nicht. Ja, aber sie kann so hoch springen, dann macht sie es nicht. Manchmal will ich sie echt mal um. Guck mal, ein Elefant. Oh, jetzt ist Dantic schlafen. Also kein Elefant für Dantic. Ich baue einfach eine Trittleiter. So richtig mit Sprühschuss. Ja, hat sie auch verdient. Dann hat sie vielleicht ein bisschen mehr Antrieb. Ein bisschen weiter Druck nach oben. Wie hieß der eine Daniel Düsentrieb? Was ist denn unser Charakter? Oh Gott, das ist genau... Oh ne, Formeln, weg damit. Furchtbar. So. Ah, das sieht auch sehr krass aus. Und da eine Düsentrieb, ja. Dein Darm kann überfilzern und das Aar kommt nicht raus. Was ist das? Ja. Ja. Oh mein. Spielt das Spiel, dann kommt es auf jeden Fall raus. Furt. Ass-Schuss, ja. Aber richtig. Ohne Zuckergetränke geht bei mir nicht. Ich brauche Energy. Oh nein, ist schon wieder sowas. Ja, ich hab's geschafft. Oh Mann, das ist doch scheiße. Mhm. Hm. Hm. Oh, nee. Na gut. Dann gehen wir mal da rauf. Ich heiße sie! Ich heiße sie! Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Darüber? Kann ich an dieser Wand laufen? Oh mein Gott, das geht wirklich. Ich dachte, sie springt daneben. Da war schon wieder sehr kritisch. Was, so ein abartiges Konstrukt hier. Und schief. Hm? Oh Gott, was habe ich denn jetzt beschworen ihr kommt hier nicht hoch ich versuche sie von hier oben zu anlegen sind mir ein bisschen zu viele da unten dann regeln wir das jetzt so 1 gegen 20 ist auf der gamescom oder wie dann würde ich wirklich weg ihr findet mich niemals nie dieses jahr auf jeden fall nicht ich 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 okay sehr dauernd ich bin kein oberkorn mein zirk jetzt erinnert oje aber vielleicht nächstes jahr ich würde nächstes jahr auch hingehen wollen da siehst du floh alleine würde ich da sowieso nicht irgendwo so was hat hier gemacht irgendwas geschmeißt was war das für ein gruseliges geräusch ja allein ist doof ja allein würde ich es eh nicht packen mit den ganzen menschen so ähm ok allein mache ich auch nicht wieder stelle ich mir auch nicht so geil vor ja auf die leipziger buchmesse würde ich auch mal gerne gehen wird nächstes jahr sowieso mal einiges ändern auf die schnauze voll so oh mit der katze wunderschön also komme ich jetzt dahin das ist fucking dunkel hier puh puh dankeschön ja heute ist irgendwie mein niesen wieder extrem oh cool da geht es ja gar nicht rein ist ja wunderbar das ist ja toll das ist auch sehr nice ich weiß nicht wo ich hin soll ja da wo das licht flackert ich habe keine ahnung das ist ja Nyaa! Ich bin seit letztem Jahr Festivalgänger Rockharts und das 23er war erst dieses Jahr mehr als ausverkauft und für 24 sind schon jetzt nur noch 1000 Karten da. Na zum Glück haben wir uns unsere schon. Heilige Scheiße. Das ist heftig. Nyaa, meine Babys. Mhm, mhm. Oh, Tentakeln. Da drüben sind, boah, 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 come on. Was soll das? Hallo, El Rolfel. Muss ich die jetzt wieder killen? Das ist sehr doof. Wait. Oh, ich muss komplett jetzt wieder den Weg hier nach oben. Na super. Dann sollte ich jetzt ein bisschen besser aufpassen. Okay, die sind aber... Das ist ein guter Checkpoint, dass ich das nicht nochmal machen muss. Also die, die erledigt wurden, bleiben erledigt. Das Problem ist hier diese Ecke mit den Viechern. Ähm, wer bist du denn? Ähm, wer bist du denn? Oh, come on. 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 So, noch zwei. Oh, ich muss schon wieder niesen. Ja, Mann, ey. Wie geht's eigentlich, El Rolfel? Ähm... Lang nicht gelesen. Lang nicht danach frei. Schöne Sommer gewesen. Bist du dafür unterwegs und gelebt? Hoffe... Oh, schön. Das ist schön. Gut, neue Info ist jetzt offiziell ausverkauft. Na dann habt ihr wirklich Glück, dass ihr noch Tickets bekommen habt. So, wo ist jetzt der letzte? Lese gerade, dass Super Mario Synchronsprecher Charles Martinet nach 25 Jahren ausgetauscht wird. Oh, okay. Weiß man auch warum, oder? Hm. Äh... Oh, der ist da oben? Hallo. Kannst du mal da runterkommen? Excuse me. Muss ich den jetzt locken. Muss ich den jetzt locken? So. Mhm, mhm. Technologie, die hier hergestellt wird. So, neuer Weg freigeschaltet. Ach, das ist seine Entscheidung. Okay. Ein bisschen erinnert mich das Spiel an Nier Automata. Ja, es hat schon Ähnlichkeiten. Aber ich muss trotzdem sagen, Nier Automata bleibt mein Favorit. Allein auch wegen der Musik. Ah, das Spiel hier ist auch ziemlich nice. Hätte ich jetzt noch ein Schwert zum Kämpfen, dann... Das würde auf jeden Fall noch ein paar Pluspunkte geben. Explosion des Lebens aufladen. Oh, aber nicht da runter, bitte. Okay. Jetzt müssen wir da irgendwie rüberkommen. It's a trap. Oh, ich weiß nicht. Das ist zu weit weg. Ich glaube, das ist... Klüger? Äh, ich weiß es nicht. Und den fliegenden Roboter. Das wäre auch so. Ich glaube, der Weg ist nicht hier lang. Ah, hier unten. Jetzt habe ich Bock, noch mal Nier Automata zu spielen. Ja, geht mir auch so. Ähm, okay. Sehr interessant hier. Was ist so schiefgehen? Okay. Wenn ich das jetzt da rüber versuche, ne? Natürlich muss ich darüber, war ja klar. So, was retten wir gerade? Äh, meine Cam ist im Weg. Da. Seht noch ein Büffel aus? Im Spiel geht absolut nichts schieben. Nein, Quatsch, da läuft alles perfekt. Ja. Ja. So. Nice close. Oh, jetzt kommt die Autoindustrie. Hier wird ja alles aufgeführt, ist ja nice. Das ist einfach so... Ich weiß nicht, die ganzen Seelen der Tiere, die hier rum... rumgeistern, während hier gerade mit Autos irgendwie... Ich weiß nicht. Hm. Schon deep, sehr deep. Jetzt sind hier mehrere Wege. Aber ich schätze mal, der da ist nicht wichtig. Ja. 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 Ich weiß nicht, was da passiert, aber ich will das nicht... Nimm mich doch mit, du scheiße, du! Hm. Hm. So, wir verabschieden uns ins Bett und lurken eine Runde zum Einschlafen. Bis dennne. Bis dennne-Zone. Erholt euch gut. Ja, genau, das passiert. Okay. Und sie fällt natürlich runter, weil das ist ja auch schön. Okay, ich muss beide irgendwie abschalten. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, okay. Boah, das gefällt mir hier gerade gar nicht. So. Weiter nach oben. Ähm. Aber sie schafft es natürlich ja nicht, ne? Ich hasse alles. So. So, wir sind wahrscheinlich sogar an. So. 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 So.